Oh shit. Wir sind im Haus, da hat ein 2,5, 2,2,2,4,0. Ja, da sind welche. In dem blauen, da unten. Ja, ja. Ist hinten raus jetzt gerade. Ist hinten raus, kommt jetzt rechts. Ich hole ihn da von oben. Knocked. Ja, ist hinten knockt. Fahrzeug kommt auch. Fahrzeug fährt hier vorbei. Aber nichts, Alter. Einer knockt. Der andere ist tot. Beide, nice, nice, nice. Jupp. Bin. Der hat ne Flairgun. Nein, wirklich. Der hat ne Flairgun. Hatte die Sahne Flairgun. Ja. Zünde, zünde sie. Zünde sie jetzt nicht. Wir müssen irgendwo hin, wo wir es zünden können. Ja, hier, easy. Nein, 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 wir gehen nicht irgendwo hin, wo wir es wirklich zünden können. Ja, hier kannst du den Luftballern dann zünden. Alles klar. Ohhhh. Du bist doch ne Skars. Nice. Oh, Auto. Ich will aber nicht zu unserem Drop, oder? Die Sau. Doch, 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 doch. Die haben da hinten angehalten. Oh, ich seh die ja. Ich hab leider keinen Scope-Player und ich hab leider keinen Scope-Player. Ich hab auch ganz cool. Ich hab nur einen Red Dead. Ich muss noch ein bisschen im Drop als Cover nehmen. Ich hab einen ausgenockt. Nice. Ja. Wir haben eh nur Kack-Waffen, die Typen. Mk14 und Groza. Oh, hier das Achter. Liebt auch was Covid-Ding. Ich nehm dir irgendwie 14. Achso, du wolltest. Ich kann mich gepusht. Ich kann mich gepusht. Nimm du. Er ist 0. Weg, 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 weg. Fuck, Alter. Er ist nach oben am Baum, am Baum oben. Hol den mal weg. Ja. Moment, ich muss nachladen. Wo ist mein Achter? Ja. Der hat eine K, der Typ. Der schießt aber nicht damit. Hast du ihn geholt, Leon? Ja, gar nicht, Alter. Aber ich pushe jetzt hier zu dem am Baum vor. Der geht mir auf den Sack, der Typ. Brauche ich jemanden noch Fünfer? Ja, nimm mal mit. Einen Fünfer-Muni kannst man auch mitnehmen, wenn's Muni hat. Nur 70 Schuss. Ja, dann gebe ich dir alles. Der Typ da oben am Baum wurde von hinten genockt, glaube ich. Oder? Ja, ja. Ich bin gut von jemand anderem genockt. Da kriegt noch einer ausgenockt vor euch. Hätte auch nichts, Mann. Der ist ein Ratert. Wow. Hast du gehört? Ich hab gar keins, Bro. Da hinten steht einer hier. Ich hab die Ratert. Bist du den? 355? Wurde grad hart getet. Der hat auch einen Ratert, dabei sonst nichts. Der Ratert ist schon besser als nichts. Der Ratert ist schon besser als nichts. 3,50. 3,50. 3,50 waren noch welche. Was jetzt? Großer und MK Dings. Oh, das Scope bräuchte ich. Ja, warte mal. Hier. Ich geb euch noch Zeug. Werde. Findet man nochmal Muni. Kann auch sein, dass du Muni findest. Bei jemanden, der die Flare gar nicht hat. Deswegen. Pistolen-Stort brauch ich ja eh nicht. Also von daher. Ah, unten laufen welche. Ja, ganz unten. Ich schieße den Ghillie ab. Guck mal, wie viele Ghillies da hinten rum rennen. Wo seid ihr denn am Start? Ist einfach kein Spaß mit dem Ratert. Ist einfach kein Spaß mit dem Ratert. Die Typen da unten looten. Muss die looten, dann schießt nichts. Die sind einer hinterm Stein, einer hinterm Auto an der Straße und einer hinter einem Baum. Der ist am weitesten vorn. Der schießt auf mich. Der schießt auf mich, Spoon. Du kannst gar keinem hinten. Hat einen Headshot bekommen? Der K-Typ, oder? Also ganz hinten an der Straße an dem kaputten Auto. Dann dieser Stein. Der ja davor ist noch. Ja. Und dann so ein Baum. So ein gesplitteter. Der noch ein bisschen weiter vor ist. Da ist noch ein Ghillie dann. Komm her, schnell die Weapons. Ah, da. Die beiden Steinen. Zwei sind da. Zwei an dem Stein? Okay. Zwei an dem Stein. Wir legen 5-5-6 Schuss gegen wen. Und der Leon 3 Helmet. Ghillie ist ausgenockt. Ja. Ja, Leon. Uh. Den hätte ich nicht schlucken müssen. Uh. Oh. Was hatte denn der für mich dabei? Ja, ne? 5-5-6 Schuss. Der wurde schon... Boah. Wo sind die jetzt Gegner genau, Leute? An dem Dicker Stein. Auf welcher? Ja, Dicker Stein. Der Westen ist ein Stein. Und immer noch hinten an dem Auto, ne? Auf welcher Seite piegt der immer an dem Stein? Rechts. Und piegt doch nochmal. An dem Baum hinten am Auto ist auch einer. Da hinten noch den Baum. Boah, die hat eine AWM. Soll ich noch eine live? Ja, die noch eine live. Ja, die noch eine live. Die letzten beiden am Stein. Nur noch der am Stein. Es sind zwei am Stein, ja. Zwei, zwei. Zwei, zwei. Zwei sind da an dem Stein, oder was? Ja, ich circle, ich circle nach links. Dann habe ich gleich. Kann ich doch jetzt ihm werfen? Komme ich soweit? Nein, nein, nein. Ich circle jetzt nach links, dann habe ich gleich Zeit. Wenn ich die Murm haben hätte, die ich im real life auch habe, dann wäre der tot. Die dürften beide eigentlich keinen Helm mehr haben, glaube ich. Kili knockt am Stein, ich pusch. Warte. Ich habe gleich Zeit. Dann werden wir den gleich wiederbeleben, die Mister. Ich gebe dir ein bisschen von oben Deckung, Whitey. Pass auf, dass sie dich nicht wegnähten. Ja, der sieht mich schon. Warte, sie glauben nicht, wie schön die Hände gut essen. Einer knocked. Sehr gut. Ja, Stein knocked. Einer noch. Der hat keinen Helm, ja? Ja, warte, ich habe ihn gleich. Habe ihn! Wuhu! Wirklich? Ja. Sehr schön. Das fragt man. Die sind erst oben für einen Spot. Da würde ich auf jeden Fall nicht hingehen. Nicht ganz nach oben. Da holen die dich easy weg dann. Ja. Leben noch acht, Leute. Oben, hinter uns auf dem Hill. Sehe ich, ja. Noch einen. Ist tot. Oh, nice. Sauber. Oh Gott, die haben gerade angesetzt auf uns. Okay. Whitey, du hast jetzt zehn, oder? Nein, ich habe neun, ich habe keinen Kill bekommen. Ah, okay, okay. Ich habe ihn nur gehittert und du hast den Last Hick gemacht, Bro. Du hast ja den einmal nur hitten müssen wahrscheinlich, weil ich ihn mit Darwin gehittert habe. Wir haben jetzt sieben, acht, neun Kills. Ist doch nice. Ist doch gut. Jetzt machen wir schnell noch einen Win hier. Eben noch sechs. Sechs alive. Drei Teams noch, Minimum. Oh, eins. Dead, 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 instant, dead, instant, dead. Puh. Ist er immer noch in der gleichen Runde? Ja. Ist acht alive. Also vier. Okay. Er hat noch Boosts. Er hat noch Boosts. Ja. Ja. Hat der ein Mid-Kit? Ich kann ja First Aids geben. Nee, passt, passt. Mid-Kit wäre jetzt nur schneller gewesen. Aber Boost brauche ich noch, ja. Ja, Boost brauche ich auch. Ich habe hier zwei Pain-Killers gebrochen. MTO ist der Boost. Zwei Pain-Killers liegen. Ich habe jetzt auch nur noch einen Pain-Killer. Jo. Leon, ich bring dir mal einen Pain-Killer. Wollen wir eben für 16 wechseln? Ja. Hier liegen noch First Aids-Killer. Oh shit, guys. Ja. 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 Warte, warte, warte. Fonds, Spieler. Non, non. Non. Die pushen gerade. Gleich, Markus. Pstst. Einer knockt. Seht ihr das? Äh, an der Wand hier vorn. An der Wand. Die Wand. Die, die... Sehen den genockten. Ist der eingefinished? Jo. Einer werde von links wahrscheinlich kommen, schätze ich mal. Der ist zurückgelaufen. Es sind noch drei Leute. Ja. Lass uns mal hier das... Lass uns mal hier irgendwo hoch. Kann man hier... Geh mal hier ins Haus. Boah, ist die M249 ungenau. Deshalb spiele ich sie auch so ungerne. Die ist komplett ungenau. Warte, warte, warte. Ich will hier lieber rein. Ist nicht so geil hier. Ich geh mal lieber raus zu Leon da. On free, on free, on free. Die wissen jetzt wo wir sind. Ich bin hier gut. Ich bin hier richtig gut. Außer die kommen gleich in deinem Silo. Kann meiner das Silo einnehmen gehen? Oh, meinst du? Wenn wir das haben? Ne, das da hinten. Einfach da hinten halten. Geh mal hier hoch und schau mal, ob ich den sehe. Außerhalb vom Zaun vielleicht. Außerhalb vom Zaun vielleicht einfach. Ach so meinst du, okay. Ja, kann ich machen. Was hab ich hier vor mir alles? Die können eigentlich noch in Silo rein. Ich seh mich, ich seh mich, ich seh mich, die laufen. Richtung? Ja, die gehen hinten zum Silo. Nordwesten von mir, ja. Ich schieße gleich einen. Einer stirbt gleich von den beiden. Einer noch. Warte, warte, ich habe auch gleich einen. Einer rennt zurück. In die Garage. Alles noch draußen. Ja, einen habe ich gesehen. Druck machen, Druck machen, Druck machen. Einer ist in der Halle drin. Die dürfen nicht mehr raus. Einer dead. Ich habe einen gekillt. Ja, ich glaube den in der Halle. Bei mir, bei mir close. Hinter mir, hinter mir ist der. Am Lastpark, am LKW hinter mir. Ab ihn. Oh, easy. Wow. Wow. Wie viele Kills haben wir jetzt gemacht? Ich habe 10. Ich habe 11. Ich habe 8. Alter, 29, scheiße. 29. Nicht mal eine 30er Bombe, schade, man. Danke, es wäre sicher eine Ausgange. Ja. War nicht so geil die Runde jetzt, ne? Ne. I'm the king of the swingers, oh oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's been bothering me. was in der rege, ist der Ring.